Deadzone-Microphone mit zwei neuen Gratis-Items, die ihr bekommen könnt. Und zwar einmal diese Lackierung und einmal ein Spray. Denn es gibt eine weitere Kampagne. Neben den FNCS gibt es aktuell auch noch die Nights Royale. Das Ganze hat Donnerstag angefangen, endet diese Nacht um 4 Uhr. Ihr habt aber noch nichts verpasst, denn es gab noch keinen Stream, der diese Items verlost hat. Beziehungsweise habe ich noch keinen gefunden. Vorgeschlagen wird hier Brasil Fortnite. 15 Minuten müsst ihr natürlich wieder den Stream schauen. Wir gehen jetzt mal einmal hier auf Brasil Fortnite, was vorgeschlagen wird. Natürlich gibt es auch noch andere teilnehmende Kanäle. Brasil Fortnite war jetzt zuletzt vor einem Monat online. Das ist ein offizieller Kanal. Müssen wir mal gucken, ob die im Laufe des Tages online sind. Ansonsten geht ihr einfach auf Sortieren und Filtern und drückt hier unten auf Drops aktiviert. Und dann sucht ihr euch alle Fortnite-Streams raus, wo man Drops bekommen kann. Da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen. Aktuell sind viele Drops aktiviert, Streams da, weil wir ja FNCS startet. Also ihr müsst dann gucken, was bekommt ihr, wenn ihr da 15 Minuten zuschaut. Wenn ich einen Stream finde, beziehungsweise ihr einen gefunden habt, können wir das ja in die Comments hauen, damit alle diesen Stream gucken und diese Tarnung bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu auf meinem Channel seid, droppt mal ein Abo. Wir sehen uns. Haut rein.